Ja Leute, was geht ab? Wir machen die Elite 1 Packs heute auf. Wir haben zwei von den Packs. Schauen wir mal hier. Zwei haben wir. Morgen kriegen wir nochmal zwei. Also morgen im Stream mache ich die anderen zwei auf. Aber ich will einer der ersten sein, der Salat zieht, Leute. Ich will einer der ersten sein, der Salat zieht. Schaut mal, der ist schon online. Einer hat ihn gerade für 800.000 verkauft. Ohne Witz. Drei. Drei Stück sind auf dem Markt. Was kostet denn der? Drei Stück sind auf dem Markt. Komm, wir ziehen einen. Leute, wünscht uns Peckluck. Wir müssen jetzt was Gutes ziehen. Du als erstes. Ich sicher. Rechts oder links, Akan. Mach einfach. Komm, ist scheißegal. Okay, ich sitze rechts, deswegen mache ich recht. Haube zu? Schaust du? Nee, ich will es mir anschauen. Okay. Was dem geht? Warte, Bro. Komm schon. Komm schon, was Gutes, Mann. Komm schon. Deutschland? Sané! Ja, Mann. Sané, jawohl. Was ist los, Bro? Wir haben Sané gezogen, Alter. Schack, Mann. Wir haben Sané gezogen, Alter. Sané, Alter. Sané ist der Amor. Warte, 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 warte. Lass mich. Ich will gucken, was dahinter ist. Wow, geil. 87er. Warte. Schau dich. Es können noch so geile Sachen dahinter sein. Oh, Orban. Orban. Sané, Bro, ey. Sané. Leute, es hat nur für Sané gereicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Mein Bruder hat Sané gezogen. Es hat nur für Sané gereicht. Ich weiß nicht, was der kostet. Ich muss ihn sofort verkaufen. Ich muss einer der Ersten sein. Ich verkaufe ihn jetzt sofort. Und am Donnerstag, also, morgen bekomme ich nochmal Packs. Und die ziehen wir dann live im Stream, habe ich euch ja versprochen. Das ziehen wir Salah. Ja, Mann. Also, dann würde ich sagen, bis, Danny, und ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.